Komm her, beeil dich wirklich! Ich weiß nicht ob ich sie gesehen habe. Wirklich, beeil dich so schnell! Was passiert? Gamey, du rufst mich schon wieder während des Autofahrens an! Zum Glück ist diesmal nicht Nacht! Kamberg, du musst herkommen! Ganz spontan! Ich hab die Drohne dabei! Wie kann das sein, dass du mich schon wieder anrufst? Das gibt's doch nicht! Immer während des Autofahrens! Kann ich mich nicht mal auf irgendein Treffen mit dir vorbereiten? Das geht ja nicht! Ich kann jetzt auch nicht schnell reden mit ihr! Ich insinnige gerade die Drohne! Ich hab die Frau gesehen! Okay! Du sagst, dass du die Frau wieder hast! Aber diesmal hoffe ich wirklich, dass du dich hast, Gamey! Letztes Mal hat sie jetzt komplett nicht geklappt! Beim letzten Video! Kamberg, ich hab sie gesehen! Spontan mit der Drohne! Ich war hier am Film gewahrt! Dann hab ich sie gesehen! Okay, es ist ja noch... Wir haben 18.30 Uhr! Hier ist nicht Nacht! Ja, Gamey, ich würd sagen, ich bin sogar in 10 Minuten schon da! Okay, Kamberg! Komm so weit! Ich installiere sie gerade in die Drohne! Okay, wartest du ganz kurz auf mich? Na klar, denkst du, ich geh alleine rein, Kamberg! Mach ich auf keinen Fall! Und du hast die Drohne dabei? Wie cool ist das denn, Gamey? Das heißt, wir können sie fangen! Wie geil ist das denn? Okay, Gamey, ich freu mich! Ich freu mich, ist es noch rot gerade? Ich beeile mich so schnell, wie es geht zu dir zu kommen und dann schauen wir mal, dass ihr das wirklich diesmal schafft! Diesmal gibt es keine Ausreden! Auf bei euch! Okay, Gamey! Bis dann! 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 Gaby, du bist ja schon hier. Ich sehe schon, du bist doch schon mit der Drohne ganz gut am Üben. Alles gut, Gaby, wie geht's dir? Oh, kann man. Mir geht's gut, danke dir. Freut mich. Konntest du schon mal damit was aufnehmen? Oh, ein bisschen. Ich hab dir ja voll gesagt. Okay, Leute, ihr seht, der Gaby hat die Drohne schon dabei. Und diesmal gehen wir mit der Drohne hier rein. Ich kann mich einfach auf meinen Partner, der Gaby, verlassen, ey. Lass jetzt schon mal einen Daumen nach oben da für unseren Gaby. Okay, Gaby, ich würde sagen, wir gehen so schnell bis geht rein, oder? Auf geht's, Kampelag, ich bin ready. Wo hast du die Frau gesehen? Du hast gemeint, die Frau ist genau hier hintergelaufen. Da war sie gewesen, Kampelag. Dann lass uns das doch mal auschecken, oder? Ich würde sagen, gehen wir rein. Sie sollte genau dahinter sein. Irgendwo hier. Ich würde sagen, dann sollen wir das mal machen. Ich würde sagen, Gaby, auf geht's. Wir müssen uns wirklich beeilen, ey. Die Sonne geht schon unter. Du hast wirklich gesagt, sie soll dahinter, ganz da hinten gelaufen sein. Wir sind jetzt hier in der Mitte des Weges. Wir waren jetzt schon mal hier gewesen. Du bist auch schon mal von mir abgehauen. Leute, ich würde sagen, auf geht's, let's go. Dann lass uns einfach mal hier rein gehen, würde ich sagen. Hier drin muss sie sein, habt ihr gesagt. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Schreibt auch schon mal in die Kommentare, wo sich die Frau befinden kann. Auf geht's, Gaby. Du meinst wirklich dann, dass wir nach da hinten gehen sollen? Mach ein bisschen Kampelag. Dann lauft man nach da hinten, Gaby. Oh mein Gott. Man muss hier echt aufpassen. Wir waren hier, glaube ich, schon mal gewesen. Das kann doch nicht sein. Auf geht's, Gaby. Hier sind irgendwelche Weihnachtsbäume, so kleine. So weit waren wir noch nie da hinten, Gaby. Du meinst wirklich, wir sollen doch da weitergehen? Ja, kann ich auch. Ich hoffe, deine Drohne hält den Akku noch aus, Gaby. Das hab ich auch. Auf geht's. Ab durch das Gebüsch. Gaby, du bist hinter mir. Oh mein Gott. Gaby, ich hoffe, wir schaffen es hier runter. Gib euch mal das. Okay, Gaby. Ich starte mal die Drohne. Ich starte mal die Drohne. So, komm, Gaby. Mal schauen, wo es sich verschenkt hat. Ich vermute, die Frau ist hier oben auf dem Berg. Gaby, ich konnte sie sehen. Kann doch ich auch. Oh mein Gott, die war da hinten gewesen, Leute. Oh mein Gott. Gaby, ich würde sagen, wir müssen mal nachschauen. Die war da oben auf dem Berg. Da war sie. Jetzt ist sie aber nicht mehr da. Wir haben es gerade auf der Drohne selber gesehen. Mit eigenem Auge. Gaby, was machst du so lange? Währenddessen in der Film schaue ich mal ganz kurz nach, ob sich vielleicht da jemand befindet. Okay, ich mache nur noch ein paar Shots. Bis gleich. Leute, der Gaby ist schon wieder weg. Gaby, wo bist du? Gaby! Aber die Drohne ist doch da. Mein Gott, wo ist er? Gaby, wo bist du? Und seht ihr das hier? Da liegt einfach mal, da liegt einfach mal die Drohne vom Gaby. Ist das eine Notiz? Leute, da ist ein Foto von mir drauf. Oh mein Gott. Wer hat das gemacht? Wer war das nur? Da ist ein Foto von mir drauf. Das bin ich. Wie kann das möglich sein? Ich schaue ein bisschen weiter. Dann sind wir schon an den Berg angereicht. Vielleicht befindet sich ja die Frau da oben. Da ist der Berg, Leute. Da ist der Berg. Vielleicht ist sie hier. Vielleicht sollte ich doch mal die Drohne vom Gaming starten. Wo soll sie nur sein? Das gibt es noch nicht. Warte mal, Leute. Ihr schreibt schon wieder in die Kommentare, dass die Person hinter mir ist? Oh mein Gott, ihr habt recht. Oh mein Gott. Die steht auf dem Hügel. Die kommt runter. Oh mein Gott, Leute. Die kommt runter. Die kommt ernsthaft runter. Ich hoffe, die kommt nicht zu uns. Nein. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ich habe meine Tasche vergessen. Wo ist der Gaming? Oh mein Gott. Schnell weg von hier. Wo ist Gaming? So schnell wie es geht raus hier. Oh mein Gott. Denkt ihr, was ich denke? Ich glaube, nein, das war nicht der Gaming. Der hatte irgendwie das komplett gleich. Die Frau hatte das komplett gleiche Kostüm an wie der Gaming. Oder kam mir das nur so vor? Oh mein Gott. Nein. 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 Das ist Gamys Maske. Ihr wisst, was das heißt. Oh mein Gott, nein. Die Frau. Ich muss so schnell. Ich muss erst mal abhauen. Oh mein Gott, ich melde mich beim Auto nochmal. Oh mein Gott, nein. Leute. Ich bin endlich am Auto angekommen. Ich hoffe es wirklich nicht, dass die Figur in die Rolle unseres Gaming schlüpft. Dann ist der Gaming für immer weg, Leute. Und das wollen wir doch nicht. Wir wollen doch nicht, dass unser Gaming für immer verschwunden bleibt. Sie hat schon sein Kostüm angehabt. Währenddessen ich den Gaming irgendwo gesucht habe und die Drohne noch oben war, hat sie wahrscheinlich sein Kostüm genommen. Und wollte sich als der Game Master verkleiden. Ich konnte aber zum Glück noch seine Maske einpacken. Und seine Mütze. Es fehlt noch sein T-Shirt. Oh mein Gott, der Gaming hat ja noch so eine Schnur dabei. Die konnte ich nicht finden. Egal. Die Maske ist das Wichtigste. Die muss ich wirklich aufbewahren. Der Gaming rennt jetzt irgendwo ohne Maske los und ist eliminiert worden. Das ist ganz komisch. Ich würde sagen, ich fahre so schnell wie es geht weg. Ich hoffe, dass die Frau sich wirklich nicht als der Game Master entwickelt. Das ist unser Gaming. Ich wollte noch jemanden grüßen, habe ich total vergessen. Dein Kommentar wird jetzt hier oben eingeblendet. Abonniert gerne mal den Kanal. Das wäre ziemlich wichtig. Und gerne da lassen. Hashtag Lokaktiv, Hashtag KambiTV. Ich bin draußen, haut rein. Bis zum nächsten Mal.